Und da geht es auch schon weiter, in so einer halbtragischen Situation. Von der anderen Einheit von Missfeld sind zwei gestorben und jetzt sind wir glaube ich Dima. Und los geht's. Yo, ich sehe gar nichts. Falsch im Spray. Oh geil. Guck euch das mal an, wie geil das ist. Ist das geil? Oder ist das sauge? Ich bin schon wieder voll im Soak von der... der geilen Grafik. Ich finde das so übel. Das ist geil. Und wir haben momentan die PP2000. Alles klar. Was haben wir noch so dabei? Gar... Gar nichts. Boah. Außer es sind Messer. Geile Messer. Guckt euch das Messer an. Ist das geil? Geil. Geil. Guckt euch das. Guckt euch das. Guckt euch den Ralf mit. Guckt euch das. Guckt euch das. Guckt euch das. Epic Weapon, okay. Ach, ich kann schon wieder kotzen gehen, ey. Was soll das? Das ist nicht schön. Dann halten noch mal. Jetzt war weiter vorne. Blatt. Zack. So, jetzt müsse frei sein, hoffentlich. Okay. Wow. Jetzt habe ich mir jetzt das Granat, ne? Aber auch nur, wenn ich am Leben bleibe. Oh, ja. Kack. Bums, ey. So. Gefällt dir das, hm? Gefällt dir das? Ich merke schon, du stehst voll drauf. So, was... ...gabs da denn für Waffen? Ich... Doch, da hinten klingt einer. Oder doch... Ja. Nee, aber will ich nicht. Die magisch nicht. Kommt weiter. Ich... Ich... ... ... ... ... ... Oh, Panahamata. Die Amerikaner kommen. Sie sind in der Nähe von Gilad Valley. Sie sind alle hier, hier, wir verschwinden. Sir, der Luftraum ist problematisch. Ich bin in der Situation bewusst. Du einfach, was ich sage. Great. Und er ist nicht verstanden, wie wir sind. Es wird immer wieder auf den Weg. Wir müssen uns bereit sein. Hey, guck mal. Ich bin hier. Timo, stehe uns. Sei bereit für die Pläne. Ich bin hier. Gru will nehmen Kaffareva. Aber das ist wichtig. Das ist ein Flugzeug. Oh Gott. Bleiben Sie auf dem Weg. Komm, wir machen das. Wir sind bereit. Die Tür! Was du wirst? Was du wirst? Komm, komm, komm! 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 recording, Lou Woah, мод waterist. X8 Dauch. Wir brauchen sie. Drei, zwei E zuдam hat. Erstmal dollar, Welche Türen? Welche Türen? Wie viel Kacken? Welche Türen? Was ist das denn? Was war das denn? Hat er mich gemessert? Hat der Arsch mich gemessert? Ich krieg was an mich. Kavarov. Hmhm. Uh! Uh! Was war das denn? Geil! Richtig geil! Oh ja! Da... Da drauf hab ich mich heute schon den ganzen Tag gefreut. Jawoll. So, jetzt kriegt der Dick Schrot in die Fresse. So, dann versuchen wir jetzt nochmal... Ähm, den... Ja. Ähm, die zu erschießen. Ich hoff, dass es diesmal funktioniert. Ähm, ich hab da ja... so ein paar Probleme. Ich hab sie immer noch. Ja. Geil. Nett nur... Das sie mich andauernd treffen. Und... Keine Ahnung was. Sondern irgendwie funktioniert auch grad meine Tastatur nicht. Und das ist nicht so schön. Wie, was hat sie noch die Bucke? Ja, ein paar Krise! Herman Jumber! Du bist jetzt nicht so langsam aufmerksam! Mann, Mann, was war denn? Nein, Mann! Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Mann! Mann, Mann! Mann, Mann! Mann! Mann, Mann! Ich habe keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon versucht habe. Nein. Gott. Zeig Disziplin. Zeige Durchschaltvermögen. Ja klar. Sportet sich erst mal auf 1, 2 Metern nach vorne um mich zu messen. Ja klar. Ey, der kriegt Schach. Würge reizen. Guck mal, er spielt damit. Leute, ich habe ihn geschlossen. Was, weg mich! Alter. Da kriege ich... Plack. Ey. Was soll'n das, ey? Das ist doch total scheiße. Ich glaube, ich bin schon... Die halbe Folge wird nicht länger. Wahrscheinlich schon die ganze Folge nur hier. Du... Verkattern. Ja. 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 so Gut, dann habe ich sie jetzt. Jetzt klingelt es auch. Und an dieser Stelle wird es enden. So. Ähm, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal.